Bruder, ich werde dich gottlos besiegen, Wallabilla. Ah, Zeit für ein... Du, du, du. Du, du, was du, Köpiqia? Jetzt sag doch mal, Moro. Du hast dieses Jahr keine Steuererklärung gemacht, das kann ich schmecken, jawohl. Was? Und deshalb spiele ich die Karte Arbeitsamtmitarbeiter. Oh nein! Los, setzt die Attacke vom Thema Abweichen, um irgendwie Personen ins Gefängnis zu bringen ein. Also, sie haben die Dokumente von vor 20 Jahren nicht mehr beglaubigt vorliegen? 50 Jahre Knast. Damit habe ich gerechnet, Bruder, und setze zu teuren Anwalt ein. Äh, was? Das geht? Habibi, ich spiele Mario Kart Regenbogen-Boulevard blind durch, ja? Mein Mandat möchte kein BAföG beantragen, also lassen Sie ihn in Ruhe. Äh, nein, nein, ich habe immer noch meine Polizist mit menschenunwürdigen WhatsApp-Stickern-Karte. Also sowas ist eine Unterstellung. Die Polizei würde nie so etwas tun, weil es verboten ist. Aber ich habe immer noch meine Geheimkarte. Ich rufe dich, Radar. Was läuft, was läuft, ich bin's, euer Radar. Heilige Makrele, es ist wohl Besuchstag.